Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Ja, heute soll es mal um Automationen gehen. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine neue Reihe, denn schon jetzt habe ich zwei bis drei Videos im Kopf dazu. Aber wie bei allen anderen Sachen, die ich euch in Serien erklärt habe, beginnen wir natürlich ganz am Anfang und zwar bei den Grundlagen von Automationen. Und hier die Grundlagen sind tatsächlich nicht, was gibt es für Auslöser, was gibt es für Bedingungen und was gibt es für Aktionen, denn da sind wir schon einen Schritt zu weit. Denn das Wichtigste ist tatsächlich, wie arbeiten Auslöser, Bedingungen und Aktionen zusammen? Also was muss in Auslöser und Bedingungen passieren, damit die Aktionen überhaupt ausgeführt werden? Ganz oft lese ich da irgendwelche Fragen dazu, die für mich als Informatiker komplett logisch sind, wo ich mir aber denke, klar, wenn man sich mit dem Thema Programmierung, sage ich mal, und if, then, schrägstrich else noch nie auseinandergesetzt hat, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, denn eine und oder Verknüpfung zu erkennen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und aus dem Grund möchte ich euch das Ganze heute mal anhand von ein paar, nicht wirklich Beispielen, sondern von Grafiken erklären, wann ein und, wann ein oder und wie das Ganze zusammenspielt. Hi, ich bin Thomas und auf meinem Kanal findest du jede Woche spannende Videos zum Thema Hausautomatisierung, Smart Home, Home Assistant und Sprachsteuerung. Generell, wie komme ich tatsächlich dazu, eine Automatisierung zu erstellen? Und generell, diese Reihe wird sich natürlich darum richten, wie ich eine Automation von Grundauferstellung nicht mit Blueprints, denn Blueprints sind vorgegebene Sachen, wo ich selber nur an gewissen Stellen eingreifen kann. Und wir wollen natürlich lernen, wie wir selber eine Automation erstellen, die genau unseren Wünschen entspricht. Wir gehen auf Einstellungen, Automatisierungen und Szenen, dann gehen wir rechts unten auf Automatisierung erstellen und sagen dann neue Automatisierung erstellen. Und hier seht ihr schon die Begriffe, die ich vorhin gesagt habe, die vielleicht nicht mal jeder kennt. Wir haben Auslöser, wir haben Bedingungen und wir haben Aktionen. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal rein und schauen uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wie gesagt, Auslöser, Bedingungen, Aktion. Und wir starten mal bei den Auslösern. Hier könnt ihr natürlich mehrere einfügen, also ihr könnt so viele einfügen, wie ihr möchtet. Und diese Auslöser sind immer mit oder verknüpft. Das heißt, wenn einer dieser Auslöser eintritt, werden die Aktionen ausgeführt. Hier oben bekommt ihr keine Unverknüpfung hin. Das heißt, ihr könnt sie nicht mit und verknüpfen. Deshalb haben wir Bedingungen quasi, wenn mehrere Dinge gleichzeitig da sein müssen. Da gehen wir jetzt mal weiter. Und Auslöser und Bedingungen sind immer mit und verknüpft. Sprich, wenn ein Auslöser eintritt und nehmen wir mal an, wir haben eine Bedingung, dann heißt es der Auslöser und die Bedingung. Also beides muss gleichzeitig erfüllt sein, damit wiederum die Aktionen hier unten auch wirklich ausgeführt werden. Wenn der Auslöser eintritt, aber die Bedingung nicht erfüllt ist, dann werden die Aktionen auch nicht ausgeführt. Und auch wenn die Bedingung eintritt, aber der Auslöser nie eingetreten ist, wird diese Automatisierung nie gestartet. Um das Ganze etwas zu umgehen, sage ich mal, haben wir innerhalb der Bedingungen wieder eine Und-Verknüpfung. Das heißt, wenn einer meiner Auslöser eintritt und alle meine Bedingungen erfüllt sind. Hier kann ich natürlich auch so viele eintragen, wie ich möchte. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind und einer dieser Auslöser eintritt, nehmen wir mal an, einfach gesagt, wir haben einen Auslöser und zwei Bedingungen, muss alles drei gleichzeitig eintreten, damit das Ganze funktioniert. Nehmen wir an, wir haben zwei Auslöser und zwei Bedingungen, muss einer der Auslöser eingetreten sein und gleichzeitig beide Bedingungen erfüllt sein und dann werden die Aktionen ausgeführt. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier mal quasi ein Beispiel. Wir haben einen Auslöser A und Bedingungen B, C und D. Wenn der Auslöser A eintritt und B, C und D erfüllt sind, die müssen alle drei erfüllt sein, dann, wenn das alles im gleichen Moment eintritt, dann werden die Aktionen ausgeführt. Wenn hier jetzt zum Beispiel B eintritt, lassen wir mal A außen vor, sagen wir B tritt ein und C und D sind erfüllt, passiert nichts. Nehmen wir an, A tritt ein und B und C sind erfüllt, D aber nicht, passiert auch nichts. Nehmen wir an, A tritt ein und B, C und D sind gleichzeitig im selben Moment erfüllt, dann werden die Aktionen gestartet. Jetzt gibt es einen Punkt, den ich immer mal wieder lese, in Foren und auf Facebook und so weiter. Leute möchten, dass wenn A, B oder C eintreten und gleichzeitig aber A, B oder C erfüllt sind. Stellt sich so dar, wir haben als Auslöser A, B, C und als Bedingung A, B, C. Es ist ganz wichtig, wir brauchen beides. Wenn wir sagen, alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein, ich weiß aber nicht, welche dieser Bedingungen als erstes eintritt, muss ich auch alle drei als Auslöser haben. Ganz oft sagen Leute, ja, ich habe A als Auslöser und habe doch als Bedingung A, B und C drinnen stehen. Wenn jetzt aber B eintritt, warum funktioniert das Ganze dann nicht und so weiter. Also es gibt ganz viele komische Kombinationen, wo Leute denken, das Ganze müsste funktionieren. Es funktioniert aber wirklich nur, wenn ihr alle drei als Auslöser und alle drei als Bedingung habt. Als ganz einfaches Beispiel sage ich euch jetzt mal meine Fernseh- oder Beamer-Automatisierung hier im Wohnzimmer. Dafür gibt es drei Auslöser, nämlich wenn mein Handy auf eine Ladestation gestellt wird, wenn meine Fire-TV-Fernbedienung aus dem Fernbedienungshalter genommen wird und der dritte Auslöser ist, wenn der Drucksensor in meiner Couch Druck quasi feststellt, dass ich draufliege und wenn einer dieser drei eintritt, wird überprüft, ob alle drei gleichzeitig eben schon erfüllt sind. Also mein Handy muss auf der Ladestation sein, meine Fire-TV-Fernbedienung muss draußen sein und ich muss auf der Couch liegen. Erst dann wird das Ganze ausgeführt. Es ist in meinem Fall zum Beispiel ein Sicherheitsmechanismus, dass wenn die Katze jetzt zum Beispiel auf die Couch drauf tritt und Druck erkannt wird, ich mein Handy gerade woanders am Laden habe, aber die Fire-TV-Fernbedienung ist noch drin, wird das Ganze natürlich nicht ausgeführt in diesem Moment und damit habe ich eine Sicherheit, dass meine Katzen nicht den Beamer für mich auslösen können. Und so macht ihr das eben, wenn ihr drei verschiedene Auslöser habt, die aber gleichzeitig erfüllt werden müssen oder nicht nur bei drei, das können auch vier, fünf oder sechs sein, vollkommen egal. Wenn alles erfüllt sein muss und alles der Auslöser sein kann, also alles im Prinzip, das was davon als letztes eintritt, während die anderen noch eingeschaltet sind oder noch vorhanden sind, das löst dann wirklich die Automation aus und damit löst ihr dann alle Aktionen aus. Ich denke jetzt auch, das war tatsächlich wirklich die Grundlage von, wann werden die Aktionen wirklich ausgeführt, also die Grundlage von Automatisierungen überhaupt. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen möchtet, dann denkt doch einfach mal darüber nach, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr noch Fragen zum ganzen Thema habt, stellt sie mir sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.